Nimm jetzt auf. Ach ja. So, versuchen wir mal Schule, versuchen wir unser Glück in der Schule hier. Äh, Schule sag ich schon, in der Kirche meine ich natürlich, wie immer. In der Kirche, ja. Ich bin jetzt übrigens immer barfuß unterwegs. Weil es leiser ist. Es ist leiser, ja. Es ist tatsächlich leiser. Und die Leute rächen, also die Leute kennen diese ganz normalen Schrittgeräusche, aber dieses Patschen, das ist... Oh mein Gott, bei uns. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh, ich lande bei dir. Passt. Ach, das ist... Das ist harmlos. Ich glaub, das ist nicht schlimm. Da ist mir ne Knarre hier. Ja, ich hab den ersten. Okay, okay. Ich hab noch keinen. Nimm nur Nahkampfwaffen. Ganz am Anfang. Wenn du in so einer Situation landest, dann nimm einfach nur Nahkampfwaffen mit. Munition und Nahkampfwaffen. Weil... Du wirst erstmal keine, ähm... Fernkämpfe haben. Es wird so... Die Horden werden so über dich hereinbrechen. Irgendwas mit nem großen Magazin. Irgendwas hinter mir. Oh. Hä, ist das bei dir? Schrottflinte. Jaja, Schrottflinte. Die Schrottflinte. Warte mal hier. Jetzt montieren wir erstmal das ganze Zeug dran. Ja. Ich komm zu dir runter jetzt gleich. Ich bin mit Looten einigermaßen fertig. Oh, bei dir geht's ab. Ich hab ein Extended Mag. Das kann ich dir mitbringen. Oh, Blutschip-Transmitter. Nice. Ich glaub, das ist Spieler daheim. Oh, da wo sind's? Ich komm zu dir. Okay. Oh, blutsch du. Oh, blutsch du. Ich hör's... Ich hör irgendwas mit nem Schalldämpfer rumballern. Ach, das bist du? Ist das... Ach, du hast... Stopp, stopp, stopp. Du hast schon Schalli... Bist du beim Internet? Nee. Ich lauf auf dich zu, bin aber... Ah, nee, 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 nee. Ich seh ihn, ich seh ihn. Der ist direkt vorm Haus. Den hast du genockt, oder? Ja. Ich hab auch drauf geschossen. Ich hab nicht immer einen Assisten bekommen. Der lebt man. Flugzeug kommt auch noch. Ich geh kurz ins Haus. Ich brauch nen Helm. Ich brauch Munition. Ich brauch noch alles. Warte, ich hab da nen Extended Mac für dich. Danke. Bei solchen Gegner horten ist immer gut, du hast nen Extended Mac dabei. Ein Helm oder so wäre auch nicht schlecht. Boah, Helm, ja. Danke. Also da muss ich echt sagen, die Kirche ist schon dankbar. Wollen wir uns ein Auto schnappen und in die Zone fahren? Ich hör was. Ich hör was. Irgendwo hier. Vorne hab ich einen Kurt. In dem Haus, glaub ich. Oh, meine Waffe. Oh, meine Waffe. War schön? Ja. Ich brauch Munition. Ich hab keine Munition mehr. Ich brauch nen Scope. Ich spiel hier mit nem 2 herum. Ähm. Warte mal. Es geht gar nicht auf die Dauer. Ich hab da noch nen Vertical Grip. Keine Ahnung, ob du den brauchst. Das hab ich. Das hab ich. Das war ich. Ich hab kein Scope. Ich hab kein Scope. Also ich hab's auch letztens. Ich hab einige Matches gespielt, wo einfach echt kein Scope zu finden war. Es war echt unglaublich. Ich spiel jetzt mal MG. Mit Extended Mag, dann kann ich mehr Munition mitnehmen. Oh, da ist ein Vier. Oh, da ist ein Vier. Ich hab ne Org hier, falls du die willst. Ne, ne. Ne, ne, ne. Das spiel ich nicht. Direkt bei uns. Direkt bei uns. Wir haben ihn nicht getroffen. What the fuck? Ich dachte, das warst du. Lol. Deswegen hab ich nicht drauf geschossen. Da hinten läuft einer. Ganzes Team. Richtung Kirche. Ja, ich seh's. Wenn das ein Team ist, dann ist es gut möglich, dass es Player sind. Es sind zwei. Nur zwei. Ich seh' keinen mehr. Die waren am Baum hinter dem Fahrzeug. Aber ich mein' ich hab' beide Kills bekommen. Naja, zwei Leichen fast. Also der Soldberg hat heimlich geübt. Das kann gar nicht anders sein hier. Der rotzt sie um. Die haben sich hinter dem Baum versteckt. Also es waren. SLR. Okay, lass mal zum Auto mal. Obwohl, ich glaub' ganz ehrlich, wir können auch laufen, ne. Ne, aber Auto ist immer besser. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht noch dem letzten Team hier über den Weg laufen. Ich hab' gelernt, weil ich dir da deine ganzen Videos angeschaut hab'. Achso, dadurch hast du gelernt, wie man jetzt hier so richtig profimäßig zockt oder was? Ich hab' gelernt, wie man Fehler vermeidet. Also das ist ja, da bin ich, da fühl' ich mich ja jetzt geehrt. Äh, genau. Da muss ich ja Danke sagen für das Kompliment. Obwohl ich, ähm, auch Fehler mache, ne. Und zwar in rauen Mengen. Guck mal, da liegen auch noch zwei Kisten hier. Zwei, ja. Ah, nix drin hier. Keine Sorge. Keine Sorge. Boah, ich hatte gestern ein Match, das war krass. Da bin ich von einer roten Zone in die nächste gerannt, ey. Es war unglaublich. Ich hatte gestern zwei Chicken, die noch mit einem anderen Team... Ne. Was geht mit dem Seidberg ab, ey? Wahnsinn. Und mit einem hab' ich zwei Runden gespielt. Also wir sind ein Dings, wir haben Chicken Dinner gewonnen. Und dann sind wir noch mal ins gleiche Team gekommen. Ach, das war Zufall, oder was? Ja, ja. Ach, witzig. Also nicht dich mit unseren, sondern mit zufälligen Leuten. Ja, lol. Ja, und du hast sie nicht gleich hinunter... Du musst sie gleich für unseren Clan, äh... Ja, die waren schon im Clan. Ach, so falsch, ja. Es gibt ja heutzutage fast keine Spieler mehr, die nicht im Clan sind. Ja, die meisten sind allerdings. Auch wenn sie so ein oder zwei Clan haben, aber... Die meisten sind irgendwo drin, ja. Ich weiß nicht, wir gehen nicht auf... Wir gehen auf Chicken Dinner, nicht auf Kills, oder? Ja. Also ich will einfach jetzt erstmal in die Zone, nicht irgendwie groß... Wenn wir jetzt sowieso schon im Auto sitzen... Shit, wir müssen über die Straße... Äh, überall... Überall schießt's. Ja, links könnte ich nur auffahren. Äh, ja. Achso. Egal, wir probieren jetzt das. Ja. Ähm... Ich hab'n Plan, auch wenn's nicht so aussieht. Ich verrate dir nur nicht welche. Genau. Äh... Sorry, 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 das war Nice So jetzt sind wir drüben Gott, was ist los mit meinen Fahrskills? Die sind im Urlaub gerade Die müssen jetzt alle rüber über die Brücke Ich muss mir das Auto kaufen. Ich will das Auto besitzen. Das ist so witzig das Ding Das Auto ist so geil, aber es ist halt ultra teuer, das kostet 2000 Euro Brauchst du ein erweitertes Magazin? Äh, habe ich glaube ich, ne habe ich alles, ja Habe ich alles Wir sollten, kann man ja hier aufs Dach Der Killkarpfen weißt du was immer, oder? Da kann man doch bestimmt aufs Dach Warte, warte Und jetzt Ahhhh Oh, nicht runter hüpfen Wenn der Killkarpfen ist Ich hasse sowas Oh, geil Ich hasse sowas Dahinter du bist da Ich seh, ich seh mehr Ist ein echter, ist ein echter Genau Da ist bestimmt noch einer am Werk hier Von links Ja Ich seh Hinter dem Trakt, äh, Laster Er ist hinterm Laster, wir sehen ihn grad nicht Nice Also diese Dächergeschichte Oh, da hinten Auto, 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 hier Auto Ich seh es ja Ein Team komplettes Team Wart mal erst mal ab Lass mal auf die andere Seite vom Dach gehen Ja Gehen in die Tankstelle Lass mal die Reifenfahrt schießen von dem Bän Gut gemacht, gut getroffen Die haben jetzt irgendwie Schiss, die wollen da nicht mehr raus, glaube ich Siehst du welche? Nein Bei deiner Markierung hat einer vorbei geschickt Ja, ich hab's gesehen, ja Hinter uns in dem Haus, an dem Haus rennen auch welche rum, aber ich glaube das ist ein Bot Ich bin grad rausgelaufen Rausgelaufen Die waren kurz vor der Tankstelle Hinter der Tankstelle Okay, hinter der Tankstelle, der ist gut Ich bin genockt Was? Hinter der Tankstelle Ich hab ihn gesehen Ich hab ihn gesehen Wenn die wüssten, dass wir nur zu zweit sind Lass erstmal den Kasper da hinten plattmachen Ah shit, jetzt Diese Botzi sind ultra nervig Siehst du? Nein, 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 nein Ich bin drüber gefallen Gut gemacht, gut getroffen Die sind zu fett, oder? Wie ist denn das? Ja Wir sind halt gut Oh shit, dieser Kasper da hinten ist immer noch da Und woraus schießt denn der? Ich sah Okay, wir müssen los Lass mal, lass mal verkrümeln hier Okay, wir müssen los Wir müssen demnächst los Oh, ich hab nur noch 30 Schuss Ja, bei mir ist das gleiche Lass mal, lass mal, äh, verkrümeln Komm schon zu mir Kann ich mich abholen Ah, du bist vorne Ja, okay, alles klar Ich will da nicht rumfahren Nicht, dass ich da nicht genockt werde Von den Typen Ja, ja, okay Okay, lass mal da links fahren Da waren auch noch welche Da gibt's glaube ich noch Da war noch einer, der uns irgendwie Von der Seite Geschossen hat Ah, ist nicht mehr da, glaube ich Ich seh ihn immer Recht, recht Aber der schießt doch ja mal Noch mal einer Nimm die Munition mit Von den Dudes Das ist das einzige Woraus jetzt grad ankommt Munition Okay, der hat die falsche Munition Ich hab auch nur 7,6 so Der untere auch, nur 7,6 so? Äh, ja, ja, ja Alle nur 7,6 so Okay Ey, raucht das Auto? Wo kommt denn das? Ja, ja, ja Lass mal über... Was denn? Team, letzter Schuss Ne, wirklich? Dafür meine Mini, ja Lass mal da reinschauen Vielleicht ist da noch Munition drin Ja First Aid geht Brauchst du First Aids? Nein Okay, dann lass... Lass weiterfahren Muss ich mit der anderen Waffe spielen Nicht so schlimm Da könnte man noch Bei meinem Marker könnte es noch Munition geben Ich versuche da mal hinzufahren Vier am Leben Es sind nur noch Die anderen zwei Typen übrig Ne, dann machen wir High Ground Dann machen wir High Ground Ja Vergiss es Hier, wir müssen weiter Boah, die Karre raucht Sind die hier drin? Wissen wir nicht, ne? Ich weiß, ne Da ist die Tür offen Die Tür ist offen, ja Lass mal hier hören erstmal, ob die da sind Alles im grünen Bereich, ich hab den auf S-Geist gewechselt Ich auch Rausen Schön Lauf mal so, ja Ja Wir kriegen jetzt Granaten gleich Hast du die geworfen? Nein Stell schon, direkt vor mir an Äh, ich hab ihn getroffen, ich weiß nicht ob er noch Nein, der lebt noch Ich seh, ich seh Nein, auf den Gut Also einer noch Hä, warte mal, das war ein Einzelner Ja Dann müssen die von der Tankstelle gut gelitten haben Die wurden wahrscheinlich von einem anderen Team aufgeräumt Ich hab unten glaube ich noch irgendwo was gehört Wir müssen in die Zone Soll man ins Auto hocken? Äh, da vorne steht ein Ganzes Wie weit ist es? Es ist aber nur ein Stückchen Soll man vielleicht laufen? Nee, ja, ja, laufen Da ist ein Sechserscope, falls du eins brauchst Naja, ist wurscht Hast du Hier oben irgendwo Ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn An dem Baum Roter Marker Ja Gut gemacht Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Gerockt ohne Ende Und Soltberg, wie gesagt, hat heimlich geübt, glaube ich Ciao, ciao